Win-Win, Unsinn, Workflow, CEO, R-O-I, B2B, Taskforce, Powerhorse, Outsource, No-Remote, Business School und MBA. Da war ich fit fürs Powerplay, der Vorstand hat's auch gleich erkannt. Ich bin äußerst performant und meinen USP, da den verschweig ich nie. Ey, weil ich halt so super Mensch bin, bin ich hier der High Potential. Die Boni sind sensationell, das nenn ich Human Capital. Und hab ich mich einmal verzockt, aber trotzdem geil gerockt. Solo! Geht doch! Ja, man kann sagen, ich hab's geschafft, denn ich bin eine Führungskraft. Ich steh trotz Krise voll im Saft. Ey, ne Führungskraft gibt's von oben erst das Go. Starte ich ne Riesenschau. Ey, wie funktionieren Finanzprodukte? Wer glaubt, dass mich das jemals juckte? Derivate, Put-Optionen bringen mir doch Subventionen. Und für Finanzgenies wie mich, da ist das klar für dich wohl nicht. Hey! Mit der Praktikantin Sex, danach setz ich sie hoff und ex. Wie tausend andere vor die Tür. Für Loser gibt es doch Rats hier. Und für die Straßenband, geb ich heute mal 15. Der Staat hat mir das Geld verschafft. Mama, schau, der Führungskraft. Ich steh trotz Krise voll im Saft. Das nennt ich der Führungskraft. Und gibt's von oben erst das Go. Und ich ein Riesen, Riesen, Riesen Show Burnout.